Menschen sind verschieden und für einen Coach hat das die teilweise paradoxe Konsequenz, dass das, was dich als Coach weitergebracht hat, oft überhaupt nicht gut für deine Klienten ist und dass für deine Klienten das gut ist, was bei dir als Coach oft gar keine besondere Wirkung hatte. Und wie es dazu kommt, das will ich dir jetzt erklären. Ein Coach ist ja jemand in meiner Welt, der selbst viel erlebt hat, der ein spannendes Leben gelebt hat und ein spannendes Leben lebt und jemand, der auch viel persönliche Veränderung gelebt hat. Also es gibt ein herrliches Zitat von Thornore Trannas, das steht auch auf der Seite der Coachausbildung, auf der Landsiedelseite über die Coachausbildung Berlin, wo Thornore Trannas schreibt, das Leben hat Spuren hinterlassen, das Leben hat dich verändert, du bist anders, aber noch du selbst, du bist komplex geworden. Und das ist die Idee von einem Coach. Ein Coach ist ein Mensch, der so interessant ist, dass man gerne mit diesem Menschen redet über seine Themen, seine Ziele, seine Probleme. Das ist für mich die Grundidee vom Coach. Das heißt, es geht auch darum, als Coach wirst du in meiner Welt nicht bezahlt für das, was du in dieser eine Stunde Coaching machst, du wirst für das bezahlt, was du in den Jahren und Jahrzehnten vorher erlebt hast, was dich zu einem so interessanten und tiefen Menschen gemacht hat, dass eben Leute kommen und mit ihren Themen mit dir reden wollen. Aber die Leute sind verschieden. Und wenn du als Coach an deinen eigenen Themen arbeitest, wirst du halt im Laufe der Zeit entdecken, was dich persönlich weiterbringt, was dir geholfen hat. Und so verrückt das klingt, das ist oft nicht das, was du deinen Klienten anbieten solltest. Es gibt ein Modell, das ist die Grundlage unserer Coach-Ausbildung in Berlin. Das ist die integrierte, lösungsorientierte Psychologie nach Dietmar Friedmann. Und dabei geht es um drei Bereiche und drei Personen. Es geht um den Beziehungsbereich, den Erkenntnisbereich und den Handlungsbereich. Dieses Modell gibt es in zweifacher Art im Rahmen unserer Ausbildung. Zum einen geht es um die drei Persönlichkeitstypen. Da nennt man das Modell Psychografie. Da geht es um den Beziehungstyp, den Erkenntnistyp und den Handlungstyp. Und es geht um die drei Bereiche. Da nennt man das Modell ILP, integrierte, lösungsorientierte Psychotherapie. Und da geht es um den Beziehungsbereich, den Erkenntnisbereich und den Handlungsbereich. Für den Coach ist die wichtige Frage die Frage nach den Bereichen. Für den Coach ist die wichtigere Frage das Thema, was man in Coachie mitbringt. Ist das ein Thema im Beziehungsbereich oder im Erkenntnisbereich oder im Handlungsbereich? Denn Dietmar Friedmann hat herausgefunden, dass es für jeden Bereich eine eigene Methode gibt. Und die Methode für die drei Bereiche, das sind zum einen im Beziehungsbereich systemisches Arbeiten. Im Erkenntnisbereich ist es NLP und im Handlungsbereich ist es SFBT. Das ist die Solution-Focused Brief Therapy von Steve D'Shason in Zuckerberg. Und jetzt kommt es zu einer sehr spannenden Überlagerung. Denn das hier ist die Entwicklungslinie, die ein einzelner Mensch folgt. Das heißt, wenn du zum Beispiel Beziehungstyp bist, dann ist der Bereich, in dem du von Hause aus am stärksten bist, der systemische Bereich, der Beziehungsbereich. Das ist dir quasi in die Wiege gelegt. Das kannst du einfach. Da brauchst du fast nichts zu machen. In meiner Welt ist das so wie Schwimmen für den Delfin oder Fliegen für den Adel oder Klettern für das Äffchen. Das ist komplett mühelos. Nachdem du das aber von Hause aus kannst und ja im Rahmen des Psychografie-Modells die Entwicklung in den nächsten Bereich geht, wird, wenn du zum Beispiel Beziehungstyp bist, der für dich relevante Bereich, der Erkenntnisbereich sein. Das ist dein Entwicklungsbereich. Das heißt, wenn du als Coach Beziehungstyp bist, wird NLP dich persönlich am meisten weiterbringen. Aber am besten bist du selber in systemischer Arbeit. Und genau so kommt die Entwicklung. Das heißt, die Leute merken, ein Ansatz, eine Methode hat sie selbst persönlich am besten weitergebracht. Das ist normalerweise der Ansatz des zweiten, des Entwicklungsbereichs. Und sie übersehen dabei leicht, dass eine andere Methode, die ihnen selber total selbstverständlich erscheint, total naheliegend, total simpel, gerade wenn Handlungstypen SÖPT erfahren, sagen die ganz oft wie, das ist eine Methode, aber es ist doch einfach ein normaler Alltag. So lebe ich, damit kann man Geld verdienen, das darf man verkaufen. Die sind völlig schockiert darüber. Das heißt, die Methode deines Persönlichkeitsbereichs ist die, in der du am besten bist. Und es ist gut, wenn du die in den Mittelpunkt deines Coachings stellst als Coach. Aber die Methode deines Entwicklungsbereichs bringt dich persönlich am weitesten. Und dadurch kommt diese zum Teil Verschiebung, was Leute, die Coaches sind, ihren Coaches im Coaching anbieten. Der Merksatz dazu ist ganz einfach. Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das heißt, gib als Coach deinen Coaches das, was die Coaches brauchen und nicht das, was dir gut tut. Um da reinzukommen, ist natürlich klar, dass wir uns im Rahmen der Coachausbildung in Berlin mit allen drei Bereichen beschäftigen, mit allen drei Typen beschäftigen und mit allen drei Methoden beschäftigen. Natürlich ist es von 20 Tagen Coachausbildung zu viel verlangt, dass es eine komplette Ausbildung in systemischer Arbeit plus eine komplette NLP-Ausbildung plus eine komplette SAPT-Ausbildung ist. Das ist übertrieben, das geht nicht in 20 Tagen. Aber wir kommen ziemlich weit in diese Gegend, weil, wie du vermutlich weißt, damit du den Abschluss bekommst, Coach DVNLP, brauchst du ja auch die NLP-Practition-Ausbildung. Das heißt, den NLP-Teil können wir im Großen und Ganzen auslagern und sagen, das kriegst du im Practitioner. Das heißt, wir machen ein bis zwei Tage zum Thema NLP als Coaching-Methode. SFBT, da ist der Vorteil, dass SFBT vergleichsweise einfach ist für jemanden, der schon NLP kann. Das heißt, wenn du aus dem NLP die ganzen Sachen weißt über Kommunikation, über verbale Kommunikation, über nonverbale Kommunikation, wie baue ich eine Beziehung auf, wie mache ich Rapport, also diese ganzen Drumherums einer Beziehung zwischen Coach und Coachee, Wenn du das drauf hast, brauchst du für die wichtigsten SFBT-Techniken, ich würde mal sagen, zwei bis drei Tage plus noch die aufmerksame Lektüre eines Buches, was ich dir dort empfehlen werde. Und systemische Arbeit ist so, dass das den meisten NLP-Lern im Ansatz bereits vertraut ist, weil sich NLP spätestens seit Robert Dills und auf jeden Fall mit Bernd Isard und solchen Leuten, hat sich NLP sehr auch in den systemischen Bereich erweitert. Das heißt, Formate wie zum Beispiel Reimprinting ist sehr systemisch, Metamirror ist sehr systemisch, die Arbeit auf logische Ebene 6 und Ebene 7 ist dieser systemisch-energetische Bereich. Das heißt, da ist normalerweise schon ein Grundstock da. Darum reichen uns hier auch zwei bis drei Tage. Das heißt, du kriegst mit, du kriegst zwei bis drei Tage SFBT, zwei bis drei Tage NLP als Coaching-Methode, zwei bis drei Tage systemisch-energetisches Arbeiten. Wir machen dann noch Spiral Dynamics und Hypnosystemisches Arbeiten nach Gunter Schmidt mit rein. Aber alles in allem wird dir die Coach-Ausbildung erlauben, in jeder von diesen drei Methoden eine Stunde, vielleicht auch zwei Stunden wirklich mit Anstand und Würde zu coachen, also auf einem guten Niveau zu coachen. Wenn du dann merkst, dein Coach ist jemand, der halt eine von den Methoden bräuchte, wo du jetzt nicht so fit bist wie er meinen, bitte schick ihn zum Kollegen, der die Methode gut kann und spezialisiere du dich auf die Methode, die dir wirklich liegt. Das heißt, den Beziehungstypen kann man normalerweise empfehlen, befasse dich mit systemischer, energetischer Arbeit. Den Erkenntnistypen kann man empfehlen, befasse dich mit NLP. Und den Handlungstypen befasse dich mit SFBT. Und du wirst merken, das sind dann Methoden. Das ist für dich dann wie Schwimmen für den Fisch oder Fliegen für den Adler. Du wirst nicht glauben, dass man mit solchen für dich völlig selbstverständlichen und natürlichen Dingen überhaupt wirklich Geld verdienen darf. Die zweite Methode, also für den Beziehungstypen NLP, für den Erkenntnistypen SFBT und für den Handlungstypen systemisches Arbeiten, in der solltest du auch gut genug sein fürs Selbstcoaching. Weil das wird die Methode sein, die dich in deiner persönlichen Arbeit mit dir weiterbringt. Drum lohnt es sich, dass das wirklich die zweitbeste Methode ist. Weil glaub mir, du wirst dich mit dieser Methode im Selbstcoaching sehr viel beschäftigen. Und bei vielen Leuten ist es so, dass eine ganze Reihe von liegen gebliebenen Themen und Problemen in ihres Lebens können sie mit der zweiten Methode dann ganz hervorragend bearbeiten. Und die dritte Methode brauchst du natürlich auch. Und zwar einfach deswegen, egal welcher Typ du bist, du wirst im Laufe deines Lebens Beziehungsthemen haben, du wirst Erkenntnisthemen haben und du wirst Handlungsthemen haben. Es gibt kein Leben, in dem es nicht alle drei Themen gibt. Und darum finde ich es eine gute Idee zu sagen, ich habe eine Ausstattung, eine Hausapotheke, so einen kleinen Werkzeugkasten zu Hause, wo ich mit allen Methoden gut genug klarkomme, um alltägliche Probleme in diesen Bereichen wirklich zu lösen. Und es spricht dir auch nichts dagegen, dass du im Laufe der nächsten Monate und Jahre dich in alle drei Methoden einarbeitest. Nur das, womit du mit Leichtigkeit später als Coach am Tag vier, sechs, acht Sitzungen machst, Tag für Tag, Woche für Woche, das, worauf du eine Karriere gründest, das, womit du deine Coaches begeistern willst, weil du hast, die sagen, es ist unfassbar, was du da machst in diesen Themen, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Methode deines Persönlichkeitsbereichs sein. Und darum geht es in der Coaching-Ausbildung darum, dass du mit deinen persönlichen Themen die drei Bereiche und die drei Methoden ausprobierst, dass du mit den Leuten, die links und rechts von dir sitzen, feststellst, ey boah, Menschen sind verschieden. Und wie ist das für mich als Erkenntnistyp mit einem Beziehungstypen oder mit einem Handlungstypen, mich zu vergleichen, von denen auch zu lernen, von denen auch zu modellieren. Weil natürlich es sein kann, dass das Problem des Handlungstypen, zu viel zu tun, für mich als Erkenntnistyp eine erstrebenswerte Ressource ist. Dass ich sage, ich hätte gerne ein Stück von deinem Problem, ich ziehe mir was ab, dann kann ich quasi das Problem von dem modellieren und für mich ist es eine Ressource. Also großartige Ideen, das so zu machen. Ich gebe dir zum Schluss noch mal ein paar Ideen, woran du erkennen kannst, in welchem Bereich jeweils ein Thema ist. Also, wenn das Thema im Beziehungsbereich ist, dann ist die Definition, dass es immer um jemanden oder etwas anderes geht. Es gibt da eine schöne Formulierung von Michael Lukas Möller aus der Paartherapie, wo er sagt, eine Klientin kam zu ihm und meinte, wir könnten so eine schöne Ehe haben, wenn mein Mann nicht wäre. Das sind so Sätze, wo du merkst, das Problem ist jemand anders. Nach dem Motto, mein Chef, mein Kind, mein Partner. Sogar sowas wie, wenn Leute sagen, die Kunden wollen nicht kommen, das Geld will nicht in mein Leben kommen. Also immer, wenn du merkst, jemand bezieht sich, das ist die Idee vom Beziehungstyp, jemand bezieht sich auf etwas anderes, dann ist das Thema im Beziehungsbereich. Und dann geht es darum, und das ist für NLPler sehr überraschend, dieses Andere zu ändern. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, was weiß ich, deine Tante ist das Problem, dann wäre der Ansatz im Beziehungsbereich, wir ändern die Tante, nicht die echte Tante, die vorgestellte Tante in deinem inneren System. Im Gegensatz dazu ist der NLP-Bereich, der Erkenntnisbereich, ganz klar definiert mit Ich. Das heißt, hier geht es um die Themen, die mit Ich definiert sind. Du erkennst diese Themen zum einen daran an dem Wort Selbst, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein, diese ganzen Selbstthemen. Und auch solche Themen wie, ich möchte wissen, was meine Stärken sind, ich möchte mich erkennen, ich möchte wissen, was meine Vision ist, also diese ganz intimen, persönlichen Themen, Glaubenssatzarbeit. Und auch im Negativen diese, ich mich setze, wie ich sabotiere mich, ich stehe mir im Wege, ich kann mir das nicht verzeihen. Also, wenn Themen kommen, wo du merkst, der Mensch ist mit diesem Thema, mit sich selbst alleine und es spielen andere Leute keine große Rolle, dann bewegen wir uns im Erkenntnisbereich. Und der Handlungsbereich, bei dem ist es ein bisschen merkwürdig zu erklären, welche Themen da sind, weil eine Idee im Handlungsbereich ist es, dass wir die Themen so formulieren, dass sie plötzlich ganz einfach klingen. Es gibt eine sehr ausgefeilte Art, im SFPT Themen zu formulieren. Ich gebe dir aber so zwei, drei Ideen dazu, wie die Themen hier sind. Zum einen geht es hier oft darum, ein Verhalten zu bekommen, was man so nicht hat. Zum Beispiel, wenn Leute sagen, ich würde gern mehr Sport machen, ich würde gern abnehmen, ich würde mich gerne gesünder ernähren. Das sind Sachen, da tut sich NLP erstaunlich schwer. Wir haben den New Behavior Generator und dann fast nichts. Das heißt, wenn einer kommt und der sagt, ich bin unsportlich, ich bin dick, ich würde gern mehr Sport machen, wäre der NLP-Ansatz, ich liebe und respektiere mich, auch wenn ich dick und unsportlich bin. Das macht es für den leichter, aber warum nicht mit SFPT in 15 bis 20 Minuten dafür sorgen, dass der Sport macht. Das heißt, all die Themen, wo du tendenziell auf der Verhaltensebene eine schnelle Änderung möchtest, wenn Leute kommen und sagen, ich habe in vier Wochen Prüfung, habe noch nicht angefangen zu lernen. SFPT, da wird nicht herausgefunden, warum lernst du nicht, hast du ein innerer Sabotageteil oder warum will der Stoff von dir nicht gelernt werden, sondern wir arbeiten konkret mit SFPT-Methoden daran, dass du ab heute Nachmittag wirklich lernst. Es ist eine großartige Methode, ich liebe diese Methode, ich wundere mich, warum sie so wenig verbreitet ist. Ist halt so, du kannst sie bei uns lernen. Das heißt, in der Coach-Ausbildung geht es darum, wie sind die drei Typen, wie entwickeln sich die drei Typen, welche Rolle spielen die drei Bereiche im Leben der drei Typen, wie ordnen sich die Themen den drei Bereichen zu und wie können wir mit den jeweiligen drei Methoden uns den Themen nähern. Das ist so kurz gesagt der Hauptteil am Ende, würde ich sagen, zwei Drittel ungefähr, der Coaching-Ausbildung in Berlin. Lass mich noch eine Sache zum Schluss sagen, das Modell ist ursprünglich entwickelt worden von Dietmar Friedmann und ich habe seine Bücher gelesen, war von den Büchern hellauf begeistert, ich kann die Bücher aus ganzem Herzen empfehlen, das sind großartige Bücher und ich habe ihn dann später kennengelernt und habe gemerkt, ui, dieser Mann hat sein eigenes Modell, was in den Büchern, die vor zehn Jahren erschienen sind, weiterentwickelt und darum muss ich sagen, die Art, wie ich ILP vorstelle, in diesem Video und auch im Coach, kriegst du momentan wirklich nur bei mir in der Coaching-Ausbildung in Berlin. Dietmar Friedmann hat das Ganze erweitert, um das NR-Gramm und um andere Konzepte, es lohnt sich auch, sich damit zu beschäftigen, aber ILP, wie wir es hier in Berlin machen, ist inzwischen nicht mehr deckungsgleich mit dem ILP von Dietmar Friedmann. Das nur als Hinweis, falls du ihn googelst, was sich auf jeden Fall lohnt, dass du dich nicht wunderst, wenn da manche Sachen anders dargestellt werden. Was wir machen, ist uns in diesem Dreieck mit diesem ganzen Konzept zu beschäftigen und von daher, wenn du mitmachen wolltest, ist es schön, ich freue mich auf dich und dann können wir alle Themen deines Lebens anpacken, weil die Grundlage für einen guten Coach ist definitiv das Selbstcoaching und deswegen nenne ich auch die Ausbildung in Berlin die 20-tägige Coaching- und Selbstcoaching-Ausbildung. Vielen Dank.